Heute früh, nach gut durchschlafener Nacht, bin ich wieder aufgewacht. Ich setzte mich an den Frühstückstisch, der Kaffee war warm, die Semmel war frisch, ich habe die Morgenzeitung gelesen, es sind wieder Avancements gewesen. Ich trat ans Fenster, ich sah hinunter, es trabte wieder, es klingelte munter, eine Schürze beim Schlechter hing über dem Stuhle, kleine Mädchen gingen nach der Schule, alles war freundlich, alles war nett, aber wenn ich weiter geschlafen hätt und tät von alledem nichts wissen, wird es mir fehlen, würde ich's vermissen? Heute früh, nach gut durchschlafener Nacht, bin ich wieder aufgewacht. Soweit so selbstverständlich, sollte man meinen. Ich setzte mich an den Frühstückstisch, der Kaffee war warm, die Semmel war frisch, ich habe die Morgenzeitung gelesen, es sind wieder Avancements gewesen. Sind solche Alltäglichkeiten ein Gedicht wert? Immerhin scheint es ein angenehmer Morgen zu sein, die Avancements, die Beförderungen sind das, womit andere sich plagen sollen, den alten Fontane geht das nichts mehr an. Ich trat ans Fenster, ich sah hinunter, es trabte wieder, es klingelte munter, eine Schürze beim Schlechter hing über dem Stuhle. Das übliche Treiben auf der Straße, die Schürze des Schlechters weist daraufhin, daß Schlachttag ist. Kleine Mädchen gingen nach der Schule, alles war freundlich, alles war nett. Aber wenn ich weiter geschlafen hätt' und täte von alledem nichts wissen, würde es mir fehlen? Würde ich's vermissen? Wenn er also im Schlaf gestorben für immer schliefe, würde er es dann vermissen? Wie kann er es, wenn er davon doch nichts weiß? Er will wohl sagen, nein. Mit humoristischem Gleichmut findet sich der Sprecher darein, daß die völlige Auslöschung der Existenz im Tod auch die Auflösung aller Erinnerungen und Sehnsüchte bedeutet. Und so ist er zuversichtlich, daß er auch in der ewigen Nacht gut schlafen wird. Nein. Vielen Dank. Vielen Dank.